Hallo Leute, Willkommen beim neuen Video Aufwärtsspiel der Tusk Koblenz gegen SV183 Das Derby schlechthin in Rheinland-Pfalz Ihr habt das alle mitbekommen, Anfang dieser Woche ist Andreas Brehme im Alter von 63 Jahren gestorben Er war als Siegtorschütze im WM-Finale 1990 sicherlich der Held einer ganzen Fußballgeneration Mit 63 Jahren ist er in der Nacht auf Dienstag an einem Herzinfarkt verstorben Wir sind in Gedanken bei seiner Familie, bei seinen Kindern und sagen Danke für alles, was er für unsere Fußballnationalmannschaft geleistet hat Vielen herzlichen Dank Applaus Die Kampferenz Die Kampferenz Wir sind in Dschrohland Wir sind in Höhe Ausmaß WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir füben! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Undertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.